So Leute, willkommen zurück bei Battlefield Project Reality. Ja, beim letzten Part hat es ein paar Verbindungsprobleme gegeben, deswegen ging das auf Valucha West auch nicht weiter. Aber sei es drum, wir starten hier als US-Army mit einer schönen M4 in der ISAF-Mainbase. Und ja, mal gucken, wir starten hier noch besser. So, dann brauchen wir einen Squat, 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 HFK, das ist egal, wir schließen uns Charlie an. Obwohl, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Gut, ja, wir sind Charlie unterwegs. Charlie, Charlie, bravo. Ach, sich sogar ein Lander-Bes hier irgendwo. Gut, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ja, was duckt denn der sich hier schon? Ja, du, hör zu meinem Squat hier. Sind hier etwa schon Gegner unterwegs? Das wäre ja blöd und erfreulich zugleich. Ich sehe hier niemanden, scheint alles frei zu sein. Na, sprinten wir mal hier zu dem Haus. Ja, uns raus, da würde es wieder mal nicht reichen. Ja, gut, gut. Geht noch, geht noch. Dabei nehmen wir mal diesen Heuballen als Deckung. Na, komm. Ja. Camelback. Hey, Schleichwerbung hier. Aber die Teile sind gut. Muss ich wirklich zugeben. Gut und praktisch und ja, egal, ob mal eine Bergtour geht oder wie ich am Wochenende im Wald rumrobt als Airsoft da. Egal. Die Teile sind praktisch. Ich mag sie. Tja, wir hauen uns mal hier hin. Kabum, da macht's Kabum. Achso, der macht Kabum. Ich höre ein Fahrzeug. Nein, das ist ein Heli. Wir brauchen mehr ein Flugzeug. Was ist ein Fahrzeug? Schauen wir mal hier. Ja. Gehen wir mal weiter. Ja, ich laufe dem mal hinterher. Und zack. Zu diesem Baum hier. So, jetzt stürmen wir mal hier dieses Gebäude hier. Ah, ich bleib auf der Seite. Ja, die Fenster sehen mal frei aus. Dann schalten wir mal auf Feuerstoß um. Und schauen wir mal rein hier. Ja, sieht clear aus. Gut, dann schalten wir wieder auf Einzel. Jetzt hat er mal was geschossen. Okay, schauen wir mal, ob wir hier in dieses Häuschen reinkommen. Ja, wir kommen hier rein. Vielleicht haben wir ja von oben hier einen guten Ausblick. Okay, hier sehe ich nichts. Dann gehen wir mal hier rüber. Ja, okay. Baum. Schauen wir mal hier raus. Ja. Der feuert auf etwas. Aber ich kann es nicht erkennen. Der Baum steht mir im Weg. Gut, wir gehen wieder raus. Dieses Häuschen hat uns ja nicht allzu viel jetzt gebracht. Äh, wo ist denn unser Teamkollege? Ach, der sitzt noch im Haus. Ähm. Hätten wir nicht eine Smoke? Ja, wir hätten eine Smoke. Ja. Ja. So, warten wir mal, bis hier ein bisschen Rauch entwickelt. Und noch eine. Äh, hier. In Deckung. Ja, ich sehe hier. Sieh hier, sieh hier. Niemand nischt. Doch, hier. Ah. Ich sehe dich. Nicht mehr. Ja. Gut, wir laufen da mal zu unserem Teamkollege. Und Deckung. Ja, wo war denn das jetzt? Ja, das ist unserer. Ja, laufen wir mal. Nein, nicht schon wieder. Och, Mann. Komm, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Sonst lasse ich es. Komm. Ne. Du doch. Nein. Ja, gut. Your connection to the server have been lost. So, ja, damit beende ich diesen Part. Und, ja. Gut, dann wird es wohl heute keine weiteren Parts mehr geben. Dann werde ich schauen, dass ich in den nächsten Tagen nochmal zum Spielen komme. Äh, aber für heute definitiv, ja, mal nicht mehr. Denn heute scheint es eindeutig mit den Connection Problems zu geben. Tja, Leute. Ähm, ja. Bis zum nächsten Part, wann immer der auch kommt. Äh, ja. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.